Willkommen auf dem Jahrmarkt, erschreckend. Ja, so sieht es hier aus. Ein großes Loch. Kleines Loch. Okay, eine Kamera. Sie kann es nur nicht immer zeigen. Kamera mitgenommen. Selbst aus Null sein. Was klaut hier ordentlich? Das erinnert mich an den Tag als ich Wenzels Gelenkschmerzen chirurgisch behandeln wollte. Okay. Hier läuft gar nichts. Oh. Wir brauchen einen Stromumkehrer. Mal wieder. Okay. Bowlingkugel Poliermaschine. Wir fallen auf Anhieb 1000 Verwendungsmöglichkeiten für dieses Gerät hier ein. Und die allerwenigsten haben mit Bowlingkugeln zu tun. Okay. Wir fallen auf Anhieb 1000 und die... Können wir es mitnehmen? Natürlich können wir es mitnehmen. Eine Bowlingkugel. Tagwürdiger Zeitvertreib. Tagwürdiger Zeitvertreib. Andererseits ist das Wort Zeitvertreib an sich schon merkwürdig. Als wäre die Zeit ein löser Geist oder so. Okay. Und wir haben eine Kamera. Eine Hand. Und eine Bowlingkugel Poliermaschine. Und eine Bowlingkugel. Okay. Gehen wir mit dem Seher. Verschwinde. Ich habe geschlossen. Moment mal. Ich kenne dich. Du bist doch das Pfeifenkopf, Männchen. Der Wahrsager aus Porta Fisco. Ohne Glatze hätte ich dich kaum erkannt. Bekannt aus Teil 2. Ich war nie in Porta Fisco. Oder 3. Ich glaube 2. Na, weil es noch nicht geschehen ist. Biss auf die Glatze. Du solltest dazu stehen. Aber wir werden uns noch mehrmals über den Weg bringen. So weit ist es also gekommen. Jetzt kennt Schein. Von jeder dahergelaufene Hans Franz die Zukunft besser als ich. Warum so muffelig. Irgendwer hat mir meine Kristallkugel geklaut. Jetzt kann doch nicht mehr hell sehen. Ich war ein kleines bisschen. Ich hätte da nämlich 1, 2 Fragen. Dann besorg mir eine neue Kugel. Okay. Teil 2 und Teil 3 ist vorkommen. Teil 3 war der in dem Hotel Minitekel. Ich habe den gesehen. Einmal im Leben. Das für uns Nummer Minus 1. Wir haben ihn aber schon zweimal gesehen. Und wir sehen uns zum dritten Mal. Einmal in Teil 2 soweit ich weiß. In Porta Fisco. Dort im Laden. Und einmal. Wenn das nicht ein anderer war. Haben wir ihn in. In einem Hotel gefunden. Bei der Wäschesekte. Okay. Hau den Lukas. Dieser Lukas hat vielleicht Nerven hier einfach so aufzukreuzen. Tja. Okay. Da müssen wir noch stärker werden. Klappe. Oh. Ein Drosselgelied. Nehme ich doch mit. Und. Ich stecke erstmal wieder rein. Das brauchen wir bestimmt. Für das spielen. Okay. Da ist noch ein Klapp am Weg. Okay. Geil. Das bringt es wohl nicht. Und wer baut denn sowas, wo dann eine Decke oben drauf ist. Okay. Am Eingang können wir doch bestimmt hier das Drosselgelied rein tun. Und die Kamera drunter. Ein Foto nur von mir? Nicht vor dieser Kulisse. Das würde den Eindruck der falschen Fototapete erwecken. Okay. Du kannst es auch hier lassen vielleicht. Ach wir nehmen es erstmal mit. Aber auf jeden Fall funktioniert das so. So auf dem Hauptplatz was haben wir noch? Ein Wurstbott. Hallo. Saftladen. Ne Wurstladen. Nur die Wurst hat zwei. Und meine Abenteuer. Ja. Müssen wir einen Angel suchen. Einen Angelersatz. Das ist bestimmt ein Achievement für. Oder auch nicht. Es hört auf voll der Kinder ganz ohne Angeln. Es hört auf mir Spaß zu machen. Voll der Kinder ganz ohne. Okay. Mit der Hand. Dafür kann ich meine eigene Hand benutzen. Oder mein Töpfchen. Okay. Eine Brombenkugel. Da schwebt man mit einer Angel. Ja. Schön. Fahrzeichen, 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 Fahrzeichen. Gehen wir erstmal hier hin. In einem Orientierungssinn stellt es ja wohl kaum eine Herausforderung dar. Selbst wenn ich den Eingang finden würde. Okay. Spiegellabyrinth. Okay. Interessant. Und wo sind wir hier hin gelangt? Ah. Mein Konecker. Hey. Da ist ein Ring drin. Hilfe. Ich glaube dafür benötigt man Kleingeld. Und die Menschaften gegen 20 Jahre alte Keime. Hilfe. Ok. Wo kriegen wir kaum mit mir her. Ein Zuckerherz. Hilfe. Ich komme jetzt gut. Der hat Spaß. Einen Kuli. Hilfe. Nur ein Schlüssel. Ich dachte es sei mein Spiegelbild. Ah. Auf den Schlüssel nehme ich gern ein Polish. und dann käme auch der passt nicht durch das gitter tischkasten ok Oh, die Hand können wir vielleicht nutzen. Ok, können wir die Hand irgendwie nehmen, um an die Schlüsse heranzukommen. Ok, bei Chronicle Interagieren können wir auch haben. Mit der Hand nicht. Ok, wie kommen wir da ran? In einem Liebkuchenherz. Wirklich? Mit der Hand nicht? Durchfassen können wir auch nicht. Ein Schlüsse um durch die Tür zu kommen. Oder dann sie vor dem Brecheisen. Können wir den Hammer mitnehmen? Die Tür aufhämmern. Ich schätze mal nicht. Ok, dachte ich mir schon. Hier noch was mitnehmen. Mit dem Hammer noch mal den Lukas spielen. Eine Kugel drauflegen. Ok, das klappt nicht. Wir können damit nur draufhauen. Auf den Hammer. Auf den von Lukas. Ok. Da noch Gewicht drauf. Das Ding. Mein Gewicht wegnehmen. Die Erdentricks. Okay. Ich habe eine Idee, wir haben hier eine Kugel. Eine Poliermaschine. Polierte Bowlingkugel. Kannst du mir damit die Zukunft voraussagen? Ich sehe... ...eine Lauf. Weil meine Zukunft noch nicht geschrieben ist, nicht wahr? Nein, weil das eine verdammte Bowlingkugel ist. Zum Wahrsagen auch eine richtige Kugel. Eine, in der man sich spiegeln kann. Eine, in der man sich spiegeln kann. Okay, wie kriegen wir das in den Spiegel dazu? Was soll das denn sein? Ein Wut vielleicht. Der kommt mir aber sehr extravagant vor. Ich glaube, ich bleibe vorerst lieber beim Turban. Okay, wie kriegen wir ihn dazu bereit, das zu nutzen? Können wir ihm vielleicht seine Kugel polieren? Das ist meine Idee. Wasser mal fahren. Ich sehe, du hast Talent. Okay. Zum Steinbruch zurück. Mal mit Gold reden. So weit das Auge reicht. Tja, willkommen in meiner Welt. Tja... Was machen wir denn? Die Gitarre spielen. Tja... 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 Man put den reden. Tja... Tja... Einfach ein paar verlorene Seelen ohne Aufgabe. Da hätte ich was für euch. Kleiner Tipp, die Affen tun es, um ihre Läuse loszuwerden. Ihr wart im Krieg? Wozu? Wir haben alle an etwas geglaubt. Wenn auch nicht unbedingt an dasselbe. Mike da drüben glaubte an seine Bestimmung. Stocksie glaubte an den Markt. Und ich glaubte, meine Ex-Frau würde mich dann nicht mehr nerven. Was ist passiert? Sie hat die Nummer vom Legions-Telefon rausbekommen. Im Krieg verliert jeder irgendwann seinen Glauben. Leidigt ihr unter so einer Art Kriegstrauma? Der Krieg war hart und dreckig. Hart, dreckig und intensiv. Wo soll man hin, wenn man bereits alles erlebt hat? Es geht immer irgendwie weiter. Ich höre deine Worte. Aber du glaubst selbst nicht daran. Vielleicht hab mir mehr gemein, als es den Anschein hat. Okay. Aber was treibt ihr hier? Was treibt ihr hier? Es gibt nichts mehr für uns zu tun. Darum beobachten wir den Typ da oben. Er sucht nach einer Erleuchtung. Vielleicht inspiriert er uns ja. Außerdem haben wir gewettet, wie lange es dauert, bis er merkt, dass man ihm unters Laken gucken kann. Oh ja. Ich verschwinde lieber, sonst kriege ich noch lange Maitis. Tu, was du nicht lassen kannst. Und oftmals wichtiger, lass, was du nicht tun kannst. Okay. Das ist ein Hauptplatz. Es sind auch Wege, die wir nicht ausprobiert haben. Sachen, die wir noch nicht gemacht haben. Ich nehme das drusselig mal wieder mit. Oder auch nicht. Es klemmt da drin. Zum Hauptplatz. Oh, hier gibt es noch was. Oha. Neue Gegend. Im Magazin. Ah, die aktuelle Ausgabe der Hertz. Erst kümmere ich mich um das Boot, dann um die Reiselektüre. Okay. Verrückt praktisch, diese Kästen. So werden ausgelesene Zeitschriften nicht dreckig. Ja, sehr schön. Pinky und Schnixi. Okay. Hallöle. Hey, Burschi. Lust auf eine Spritztour in Bodo? Zufällig suche ich tatsächlich ein Boot. Ich muss noch vor Sonnenaufgang in Porta Rustica sein. Die Liebe lässt sich nicht älzen. Freundchen. Die Tour ist nur für verliebte Märchen. Easy, fisi, pisi, disi. Ich bin mit meiner Freundin hier. Wow. Hätt nicht gedacht, dass du eine Freundin hast. So wie du rumläufst. Du vielleicht, Darling? Meine Oma heißt Gundula. Das schreibt man mit U. Ja, ich auch nicht. Aber wenn's so ist, steck einfach ihr Foto in den Logo, Ma. Wieso denn jetzt Foto? Du willst verliebt sein und hast nicht einmal ein Foto von ihrem Portemonnaie? Was ist ein Portemonnaie? Ohne Foto, keine Tour. Ist es nicht so, Darling? Ich hab mal eine Katze gesehen, die war rote, braun und weiß. Du sagst es, aber sei nicht traurig. Du findest auch noch deine große Liebe. Als Trotz habe ich hier einen Bratwurstschips für dich. Ein sehr interessantes Part, super. Ja, ich weiß, klingt super. Aber Sie wollen ein Beweisfoto. Das ist ja wohl das schwammigste Problem, das ich bislang zu bewältigen hatte. Bewältigen? Meinst du nicht, dass... Keine Sorge, ich mach das schon. Du kennst mich ja noch nicht so gut. Aber ich bin ein Profi, was Romantik betrifft. Aha. Zuerst muss ich die drei Teilaufgaben rausfinden. Es gibt immer drei Teilaufgaben. Bleib einfach hier. Hurra. Das... Teilaufgaben. Rätsel. Okay. Nochmal reden. Wenn du so weit bist, steck einfach das Foto in den Lago Macht, Wobschir. Wonach scannt das Gerät denn? Na, wonach wohl? Nach den drei romantischen Elementen. Die drei Teilaufgaben. Wenn man das Wort Schuh umdreht, heißt es... Erstens das Ambiente, ein romantisches Essen vielleicht, dann ein Zeichen der Verbundenheit und schließlich einen Liebesbeweis. Liebesbeweis? Ja, hol ihr die Sterne... Ähm, romantisches... Es ist unmöglich, ein System bis zum absoluten Nullpunkt abzukühlen. Höh, ist sie nicht goldig. Essen, Verbundenheit, Sterben ist notiert. Du weißt schon, dass Liebe keine Checklisten kennt. Na, hör mal, du bist doch derjenige, der Zuneigung mit einer Maschine misst. Tu schön. Wie waren nochmal die drei Sachen nach... Ich hatte das klar. Aber angenommen, es wäre eine wörtlich zu nehmende Sammelliste gewesen... Romantisches Essen, Zeichen der Verbundenheit und einen Liebesbeweis. Manches Essen, Zeichen der Verbundenheit und... Okay, was zu essen, Ring und der Sterne. Okay. Zeichen was zu essen. Was und manches zu essen. Zeichen der Verbundenheit. Könnte auch das Zuckerherz sein und... Zeichen der Liebe. Okay, wo kriegen wir das denn jetzt alles her? Tja, also... Was, Bratwurst, den können wir doch bestimmt... Wir haben es doch hier eine Sache, wo wir... Irgendwo brauchen wir doch eine Münze für. Das war hier, bei der Achterbahn. Hier, ein Bratwurst-Chip. Ich glaube, dafür benötigt man Kleingeld und Immunkräfte gegen zwei. Nicht? Ist doch blöd. Hilfe! 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 Okay. Wurstbrot. Vielleicht kann der den Wurst-Chip annehmen. Das könnte das Essen sein. Sehr schön. Okay. Okay. Was gibt's denn so? Nicht. Es ist alles, alles. Na toll. Und was soll ich dann essen? Du denkst, du hast es schwer? Ich habe eine Familie zu ernähren. Eine Wurst-Witte. Wurst ist außen. Ich dachte, dass hier ist ein Wurst-Stand. Kannst du dir nicht darauf brauchen? Du hast jetzt doch schon dämlich genug. Ah, verstehe. Mit dem Kostüm und allem. Kostüm? Kannst du noch einmal nachgucken? Nein, guck. Okay, er guckt nach. Können wir jetzt was klauen während der... In die Sicherung. Okay. Die Sicherung können wir doch bestimmt jetzt hier reinpacken. Und warum auch immer. Okay. Und die Klappe ist zu. Okay. Nach links. Oh. Sehr schön. Können wir nicht dafür benutzen. Aber immerhin. Na toll. Das bringt ja nichts. Nach links. Gucken wir mal, wenn wir den Lukas damit spielen. Ach so. Sekunde jetzt den Hammer. Okay. Hier läuft. Und. Holy Lukas. Okay. Jetzt können wir doch bestimmt... den Hammer nochmal draufhauen. Aha. Okay. Immer noch zu schwer. Hier läuft gar nichts. Auslösen. Okay. Ist ja schön. Okay. Das haben wir jetzt kaputt gemacht. Rechts damit. Und das Entenbecken. Ah, sehr schön. Ein Magnet. Und dann war der Angel. Aber wir haben eine Angel. Eine Magnetangel. Okay. Dann machen wir jetzt was. Okay. Damit können wir auch den Lukas machen. Und was bringt es? Das ist ja blöd. Mit diesen Betrügern spiele ich nicht mehr. Okay. Die Enten können wir uns hier nicht mehr rüberholen. Das ist ja blöd. Ach. Mit der Angel. Ich habe die Idee, was wir mit der Angel machen können. Wir können uns doch jetzt bestimmt aus dem Goodie die Schlüsse holen. Na, dann wollen wir mal. Hervorragend. Es hat geklappt. So, denn mit dem Schlüssel können wir jetzt die Tür öffnen. Und den Wagen anhalten. Okay. Tür. Kleingeld. Bremse. Kleingeld. Sehr schön. Ja, die Bremse. Die Bremse. Erst machen wir uns ein Kaugummi. Ich bin ein Kaugummi. Hey, helf. Da ist dein Kind drin. Mit etwas Glück. Mist. Dies, mein Kind. Helfer. Helfer. Natürlich. Helfer. Jetzt. Oh, ja. Helfer. Helfer. Wo rührst du hin? Ah, da liegt der Ring ja! Ähm... Ach du Schreck! Das gibt's doch jetzt nicht! Das blöden Wombats! Immer funken Sie einen dazwischen! Reinspielen, Lable Rund! Mann gegen Wombat! Ein unsportlicher Kampf! Was gibt denn in dem Spiel? Warte! Warte! Andererseits! Wenn ich die in Wombat ganz alleine besiege, glaub mir das ja nachher niemand! Ich sollte mehr ein Publikum besorgen! Okay, das Publikum können wir erst mal von der Afterbahn runterholen. Wäre vielleicht eine gute Idee. Hilfe! Aufgleich 3 fährt ein der Intercity Express aus Kübel ins Büttel in Richtung Kotzebrech über Sportzimmer, zum Speichel und Notübergebersbach. Nein, das Anschluss nach Würfelhustig behalten, die die Auswirbel in Abstimmung. Was labert der? Oh! Oh! Nicht gerade eine Punktlandung. Aber was soll's? Wir können vielleicht den Kaugummi auf jeden Fall schon mal nehmen. Ich habe auch schon eine Idee, was wir damit tun. Wir weisen darauf hin, dass Weingummis nicht in Nasenlöcher gesteckt werden dürfen. Bidelic Entertainment übernimmt keinerlei Haftung für Schäden durch missbräuchliche Verwendung von Zuckerwaren. Natürlich. Oh! Okay. Ist noch ein bisschen Schminke drauf. Haben wir einen Kopf. Punkt, Punkt, Komma, Strich. Fertig ist das Arschgesicht. Perfekt. Ich kenne Goals Gesicht so gut. Ich hätte es mit verbundenen Augen zeichnen können. Arsch, sag mal nicht, davon geht die Bildung in die Scheiße. Ähm, ja. Sag mal Cheese! Cheese! Hm, irgendwas fehlt offenbar noch. Zu geherzt. Jetzt probieren wir sie wieder. War klar. Wir weisen. Okay. Oh, oh, oh. Perfekt. Alles klar. Und was fehlt noch? Zack, können wir hier mal hoch? Na, das sieht ihr mal wieder ähnlich. Während ich die ganze Arbeit mache, lackierst du dir auf der Achterbahn die Fußnägel. Ich würde ja gerne mit Hand anlegen. Leider brauche ich meine Hände im Moment, um mich panisch an diesen Sicherheitsbügel zu klammern. Ich sage ja nicht, dass ich von dir enttäuscht bin. Ich sage lediglich, dass jeder seine Prioritäten selber setzen muss. Okay. Dann brauchen wir den meisten, um ihn loslassen zu zwingen. Ach, das geht. Unter dir ist nur Wasser. Ich kann trotzdem nicht. Jetzt haben wir loslassen, dass wir enttäuschen. Tja. Stern am Morgenhimmel. Der würde sich gut auf dem Foto machen. Aber ich bezweifle, dass ich die Fotowand hier raufgebuchtet kriege. Mein Vorhaben steht unter einem guten Stern. Okay, die Hand. Mein Vorhaben steht unter einem guten Stern. Okay. Zugehörgussherz. Einfach mal alles ausprobieren. Zugehörgussherz. Einfach mal alles ausprobieren. Zugehörgussherz. Oh. Stimmt. Besser. Mein Vorhaben steht unter einem guten Stern. Ich wünschte es gäbe diese Option. Okay. Wir müssen den Stern umführen. Abdrucken und mitnehmen. Okay. Wie kriegen wir ihm jetzt seine Kugel hin? Das ist ja... Das ist jetzt hier. Kannst du mir damit die Zukunft voraussagen? Ich sehe... ein Loch. Weil meine Zukunft noch nicht geschieht. Das ist aber kein Loch, wenn sie zustopfen kann. Weil das eine verdammte Bowlingkugel ist. Zum Wahrsagen brauche ich eine richtige Kugel. Eine, in der man sich spiegeln kann. Hm. Eine Kugel, in der er sich spiegeln kann. Der Polyautomat ist jetzt glaube ich nicht die Lösung. Vielleicht reden wir noch mal mit ihm. Vielleicht lässt er sich doch überzeugen. Ach, sei mal flexibel. Kannst du es nicht ausgangsweise ohne Kugel probieren? Nein, ohne Kugel. Keine Vorhersage. Ach, sei mal... Nein, ohne... Der lässt nicht mit sich reden. Okay. Zum Steinbruch. Braucht der vielleicht... Brauchst du eine Bowlingkugel? Mag Poliermaschine? Man muss kein Profit sein, um vorauszusehen, dass er damit überfordert wäre. Aber es hilft. Ja gut. Ich glaube, dann mache ich erstmal eine kleine Aufnahmepause. Und wir spielen beim nächsten Mal weiter. Und gucken mal, wie wir hier weiterkommen. Dem Kollegen noch retten, der da oben jetzt dran hängt. Wie wir hier auf dem Jahrmarkt weitermachen. Schauen wir mal. Das Zeug haben wir jetzt schon mal. Aber wie wir das einsetzen... Also den Ring haben wir noch gar nicht. Wir müssen erstmal in den Wombat herausfordern. Aber da brauchen wir erstmal ein Publikum. Dann gehen wir das Publikum her, ist die Frage. Ja, die Frage werden sie sich wahrscheinlich in einem der nächsten Parts... oder in einem der nächsten Parts klären. Schauen wir mal. Ja! 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 Ja!